Crude Oil oder das schwarze Gold ist in aller Munde ein ganz hässlicher Vergleich, aber viel wird darüber geredet, insbesondere weil der Kurs mal wieder deutlich runtergekommen war, muss man ja schon fast sagen. Das allerdings an einer prominenten Stelle, denn wir sehen, dass der Kurs an dem alten Zwischenhoch, und das ist tatsächlich ein nicht unbedeutendes Hoch hier, das ist im Oktober 2018 gewesen. Lang, lang ist es her, manch einer erinnert sich kaum noch dran, aber witzigerweise hat der Kurs hier erstmal eine Pause gemacht. Das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass der Kurs von diesem Niveau definitiv nach unten kommen muss, aber einmal mehr zeigt sich, dass solche Marken nicht gänzlich aus der Hüfte geschossen sind. Wir sehen, dass auch hier in diesem Umfeld hier zumindest der Kurs erstmal ein Päuschen gemacht hat. Lassen wir das mal so im Raum stehen, aber es ist ja schon nach unten gekommen, das ist nichts Neues mehr. Gucken uns die Bewegung mal einmal an, da sehen wir zack, dann sind wir hier so dreiwellig nach oben und dann nochmal nach unten und jetzt kommt der Kurs nach oben. Und wenn ich mir die Bewegung nach oben angucke, die ist eigentlich verheißungsvoll, denn wenn ich sie mal ganz grob nachmale, im Wesentlichen sehe ich hier ein großes Rumgezappel, ich sehe hier irgendwie was. Streng genommen könnte man jetzt sagen, so in etwa sah die Bewegung bisher aus und wenn ich das mal zur Seite schiebe, damit man es besser erkennt, das hat schon fast wieder was fünfwelliges und damit eigentlich gute Voraussetzung für einen Anstieg, nämlich einen Aufwärtsimpuls, der, wenn er auf eine Korrektur jetzt stößt, also A, B, C nach unten, im etwas größeren Rahmen eben einfach jetzt wieder so dieses Niveau, beispielsweise die 38er Marke, das auch noch schön dreiwellig, dass dann im Nachgang an diese Geschichte noch mal eine Fortsetzung hier eben kommt. Das ist das, worauf ich eigentlich jetzt gucken werde, nämlich ob wir so einen etwas größeren Rücksetzer bekommen, der mir dann die Möglichkeit gibt, ähnlich wie das, was wir hier haben, dann noch mal die Fortsetzung im Prinzip da zu sehen, dass der Kurs das Ganze eben in die eigentliche letzte scharfe Bewegung noch mal fortsetzt, nur halt in die andere Richtung. Jetzt haben wir uns gerade das Ganze hier mal live im Chart angeguckt ein bisschen und allerdings auch festgestellt, naja gut, aber die Bewegung ist ja nun sehr schnell passiert. Ist das denn typisch für eine Korrektur? Normalerweise sind doch Korrekturen wenigstens ein bisschen langsamer eigentlich. Die ist ja jetzt so schnell im Verhältnis auch zu dieser Aufwärtsbewegung. Ist es das schon? Und ist sie denn auch groß genug dafür, überhaupt jetzt eine vollständige Korrektur zu sein? Das können wir mal so ganz grob abschätzen. Einfach nur, dass wir so eine Orientierung haben. Das ist jetzt nicht der Stein der Weisen, den wir ansprechen, aber dass wir einfach mal so eine Orientierung haben. Gerne geht der Kurs bis 38 runter. Das hat er noch nicht ganz geschafft. Also wenn das die vollständige, also wenn das hier die vollständige Korrektur dieser Aufwärtsbewegung sein sollte, dann ist 38 schon ein ganz gutes Niveau. Er kann ein bisschen weniger. Das wäre vielleicht noch hier in Ordnung, auch wenn es nicht super wahrscheinlich ist, dass es so kurz ist. Aber möglich ist es natürlich schon. Aber es ist halt verdammt schnell. Wir haben dazu immer so eine grobe Idee, wie lange das dauern muss oder sollte. Das haben wir hier mal so ungefähr mit diesem Winkelmesser. Auch das ist jetzt nicht eins zu eins immer exakt so, aber tendenziell ist auf dieser Seite die bessere Seite für eine Korrektur, also auf dieser, damit eben nicht die Korrektur viel schneller, viel dynamischer war als die eigentliche Trendrichtung. Sonst muss man sich nämlich die Frage stellen, Moment, Moment, ihr seid also wirklich bullisch, aber seid viel schneller auf der Abwärtsseite unterwegs. Je größer dieser Abstand ist, desto mehr frage ich mich, passt das Ganze schon? So und jetzt, wie löst sich das ganze Thema auf? Denn ich kann ja sagen, was ich will. Es ist ja nun mal passiert. Ist es jetzt dann trotzdem der Bullenmarkt und der Kurs kann jetzt nur nach oben gehen? Tatsächlich halte ich eine Variante für durchaus sinnvoll. Nachdem wir hier vorne so eine ABC runter hatten, die aber eigentlich zu schnell ist für eine abgeschlossene Korrektur, kann ich mir vorstellen, dass die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist. Nicht abgeschlossen ist im Prinzip so eine vielleicht ABC jetzt nach oben. Das würde sich ja decken mit dem, was ich rechts eben gerade gezeichnet habe, um anschließend nochmal einmal nach unten zu kommen. Und das ist etwas, was wir ja dauernd wieder haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos dazu gesehen habt oder nicht. Das sind diese klassischen Flat-Bewegungen. Das kann es in diesem Fall durchaus sein. Das hätte zwei Vorteile. Wir nähern uns nochmal der 38er-Marke und wir verbrennen ein bisschen mehr Zeit. Naja, ob das immer ein Vorteil ist, Zeit zu verbrennen, weiß ich nicht. Aber es würde eine Korrektur, eine vollständige Korrektur dieser Bewegung plausibler machen und dementsprechend dann auch wieder Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass es vielleicht dann sogar nochmal einmal nach oben geht. Warum nicht? Denn ich kann mir vorstellen, das ist jetzt mal einfach nur ein educated guess, dass wir hier so eine erste 1, 2, 3, 4, 5, dann haben wir hier eine größere Pause und dann kam ein deutlicher Anstieg. Dann haben wir hier vielleicht die nächste Pause und dann kriegen wir nochmal eine fünfte Welle da hoch. Dann hätten wir hier wieder das, was ich doch immer so gerne mache, nämlich diese klassischen fünfwelligen Bewegungen. Wir hätten auch Ausmaße, die durchaus passen, denn so um die 80er-Marke, da sehen wir so diese gelben, die ergeben sich aus diesen Vergrößenordnungen hier. Ja, da muss man sich nicht jetzt drauf versteifen, aber untypisch wäre es nicht, wenn ungefähr die Zielmarken da oben dann nochmal wären. Es wäre also insgesamt ein wunderschön passendes Bild. Wir haben jetzt am Passant sozusagen diese Bilder miteinander synchronisiert. Hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, eine A, B, C oder irgendwas Wackeliges runter, um nochmal nach oben zu kommen. Dieses nach oben kommen wäre genau dieser Punkt. Dann hätten wir hier in diesem Bereich A, B, C runter, A, B, C hoch und dann kommt vielleicht nochmal eine Anschlussbewegung hier runter. Stichwort Flat oder Seitwärtskorrektur, um dann zu sagen, so jetzt haben wir einen ordentlichen Rücksetzer, das reicht schon vollkommen aus, um dann zu sagen, hey, wollen wir nicht nochmal einen Anstieg kriegen oder nochmal hin, also lasst uns da nochmal einmal nach oben gehen. Es wäre sehr passend. So, also ich will jetzt da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das müssen wir natürlich jetzt mal schauen, ob sich das wirklich so aufgeht, aber als Idee finde ich das ganz praktisch. Für mich bedeutet das konkret, ich gucke jetzt genau hier hin, ob er an dieser Stelle tatsächlich jetzt etwas Korrektives, etwas Wackeliges nach unten bringt. Das gäbe mir nämlich die Chance, einen wunderschönen Einstieg zu finden, vielleicht am Cluster für die Freunde der mehrfachen Unterstützungsmarken, also wenn viele dieser Linien eng beieinander liegen. Oder eben durch das Zwischenhoch, um dann zu sagen, naja, ich kann da auch noch einsteigen, denn so ähnlich lang wie das, müsste es danach ja hier auch nochmal nach oben gehen und dann kommen wir nochmal in die Nähe dieser Höhe, wäre eine Idee. Es ist und bleibt eine Idee, aber vielleicht eine Anregung. Natürlich könnt ihr dieses Verfahren auch bei anderen Märkten anwenden. Das ist also nicht jetzt nur ein Geheimtipp für Öl, sondern ist ein generelles Verfahren, was an den Märkten sehr häufig funktioniert und was sich auf jeden Fall lohnt im Auge zu behalten. Und deshalb zeige ich euch da so oft, dass sich das auf die Netzhaut einbrennt und ihr sagt, selbst mit geschlossenen Augen erkenne ich es wieder und kann dann hoffentlich rechtzeitig darauf reagieren, wenn es mal wieder schön aussieht. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Bis bald. Ciao.